Das war ja nur diese eine Wasser, ey. Ja, geht's doch! Säbeln die Birnen ab! Ah tja, wo Eiermann wieder? Lange nicht mehr gesehen. Oh, das war nicht so... Ah! Und tschüss! Jetzt kann er noch lange spielen, ne? Ja, man hat ja keine Waffen gehabt, wir würden ja oben raus schießen. Schade. Ja, wenigstens einständig gespeichert. Ja. Ah ja, stimmt. Ohne raufschießen, ohne Waffen. Ja, vielleicht hab ich dir dadurch, dass ich diesen Hodensack von ihm in die Scheibe schrissen habe, jetzt in die Scheibe explodiert. Wo ist denn der Eiermann? Der kommt dann irgendwann angeschält. Na, was geht ab, mein Freund? Schöne Birnen abzühebeln? Ja... Ja, 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 Mann. Oder? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ob das explodiert? Möglich. Ja. Haha, jetzt nicht so. Effektiv. Ja. 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 Naaruu? Oh, da haben wir. Hallo? Blöööö. Hallo? Was wollen wir aufrüsten? Ciao. Wo ist das? Ich hab den Transport gefunden, Ali, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklipp-Mekanismus. Keine große Überraschung. Ich lassen Sie wissen, wer telefoniert ist. Keine große Überraschung. Tsch! Tsch! Ach, da komm ich ja her... Warte doch mal! Warte doch, gehören wenn ihr nicht glaubt! Tsch! Musik Was ist das? Taddeus oder wann? Ja normal Taddeus Tentakel zig Tri ceremony Speicher-Pumper Ach sooooo Was ist das? So, wir haben das Mittelteil gleich hier drin. Das ist da bestimmt, wenn wir uns vielleicht wieder verlangsamen oder so. Ah, ja, das ist da. Ja, aber... Was ist das denn? Nee. Ah, hier ist es doch. Ah, hier ist es doch. Primärgetriebe offline, stimmt das mit dem überein, was Sie da oben sehen? Ich glaube schon, es sieht aus, als bräuchte ich nur ein paar Ersatzteile. Okay, ich habe die Bahn abgekoppelt, kommen Sie zum anderen Platz. Hau auf! Hätt nix aus diesmal. Nö, nix aus. Oh! 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 Warum haben wir das nicht, wenn du wusstest, dass ich tot beleidigt? Dachtest du, ich würde dir vergeben? Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht, Nicole! Lass uns gehen! Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, ich habe mir zu. Hören Sie mir doch zu. Hör auf mich an, du starrt auf! Jetzt ruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Hör auf mich an, du starrt auf mich an.